Akai verkauft Waffen die besser sind als deine. Manny hat versprochen deine Rostlaube wieder mit Flot zu machen. Wo bringe ich jetzt die Drogen hin? Waffen sind natürlich schon besser ne? Wenn ich nach Norden will, dann brauche ich bessere Ausrüstung. Okay, Taka. Vielleicht ist doch was für dich dabei. Vertrauen erhöht. Direkt eine Vertrauensstufe gemacht. Fit me not. Sollte ich hier vielleicht doch meinen ganzen Kram verkaufen? Stufe 1, da war jetzt nicht so viel geiles dabei. Ab Stufe 2 gab es die besseren Waffen und ab Stufe 3 den harten Shit, ne? Ich hab Usa lang nicht gesehen. Ja, er lebt noch. Ich glaube er erledigt in letzter Zeit mehr für Copeland. Sag ihm, er soll seinen Arsch hochkriegen und was für mich tun. Ja, ich sag ihm Bescheid. Jo, so viel war es jetzt nicht, ne? Ne, ich bin dann da. So viel hatte ich jetzt... Gott, 12.000, Alter. Wie soll ich denn die zusammenkriegen? Das war es erst mal. 40 Vertrauen. Hui. Oh, wow. Kann sich ja nur um Jahre handeln. Copeland hab ich schon richtig viel Zeug eingebuttert, ne? Wie ist das Leben in Hot Springs? Wonach suchst du denn? Ja. Der richtig geile Scheiß kommt ab Level 2. Die M40 ist jetzt nicht so wirklich geil. Okay, ich versteh schon. Aber warte mal. Munition kann ich kaufen. Sandfeuerwaffenschalldämpfer. Den kann ich zum Beispiel nicht basteln, ne? Ja, ich kann das verbessern. Schönes Stück. Sollte draußen nützlich sein. Gute Wahl. Das ist nicht so, als hätte ich nicht... Komm vorbei, wenn du noch was brauchst. Als hätte ich nicht genug Kohlen erst mal. Im Vergleich dafür jetzt. Was möchtest du? Kann ich jetzt auch an meinem Bike umschrauben? Geht's um dein Bike? Jetzt kann ich. Hey, wie läuft's? Ähm. Ach so. Ich kann das nur am ersten Spot machen. Komm bald wieder. Respekt. Respekt. Die kann ich nicht anquatschen. Warum nicht? Kein Job verfügbar. Komm nicht von hier weg. Also schon, aber extrem langsam. Kann ich wegrennen. Mal ohne Scheiß. Das wird mir auf der Karte angezeigt, aber ich kann nichts machen. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Keine. Tollpunkt. Ich habe eine Story. Das ist Ende der Welt. Mit. War die Quest jetzt gerade nicht ausgewählt, oder was? War die Quest jetzt gerade nicht ausgewählt, oder was? da war ich doch schon drinnen oder wie oder was in dem war ich auf jeden fall noch nicht drin das ist mein aktuelles ziel war ich denn jetzt hopel ins camp da unten war ich noch nicht drinnen also jetzt davon aus weil er mir da nichts anzeigt jetzt zeigt er mir was an nicht lang schnacken wir fahren jetzt einfach mal hin würde ich sagen steht mein motorrad jetzt auf einmal hier ich schaue mich noch mal um warum liegst du nicht zum teufel noch mal im bett konnte nicht schlafen weißt du noch was ich sagte unten im tunnel geht er nicht auf die macht dich noch verrückt usa ich gehe darauf weil er um freaks mir ist egal wo ich sie umlege kopfgeld ist kopf wozu dann all die tulpen hab sie gesehen hier auf dem tisch heute morgen dieselben wie bei eurer hochzeit ich weiß es noch ich werde ich werde usa ruhig aus ok ich muss los deken ende und das sind keine tulpen das ist mauerpfeffern verdammte wölfe hier ist radio free orion die wahl wird euch befreien während der amerikanischen impuls wir für unsere freiheit gekämpft haben hier ist ja hier ist ja hier ist Oh, 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 oh. Ich habe jetzt den ganzen Kontext nicht mitgekriegt. Okay, komm, diesmal hast du mich. Ich nehme so viele Waffen, wie ich in die Finger kriegen kann und diesmal nimmt sie mir niemand weg. Diesmal hat mich schon wieder so ein blöder Wolf vom Motorrad gezogen. Ich habe ein paar umgelegt scheinbar. Oh, oh, oh. Typischer Fall von falscher Tasse gedrückt. Das kann einen schon fast das Leben kosten, wie man gerade gesehen hat. Mein Gott, wie viel man hier drauf kloppen muss. Aber die Wölfe habe ich nicht getötet. Das waren die, glaube ich. Das ist gegenseitig weggemacht hier wieder. Mal wieder. Problem ist jetzt natürlich wieder mal. Ähm. Fünf Schrott. Problem ist jetzt mal wieder, dass ich da oben mitten in der Nacht bin. Und wenn ich da jetzt wieder den Strom einschalte, habe ich hier richtig Party hart. Alles gespeichert? Irgendwann. Ich komme da gar nicht hin. Wie? The fuck? Ja, wer rechnet denn auch damit? Ich muss noch ein bisschen die Straße runterfahren. Ja, das stimmt. Ich bin ein bisschen weggelegen. Ach, was ist der Lauf gebracht? Lauf dann. Ja, jetzt kommt noch ein bisschen. Ja. 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 Soll ich jetzt hier richtig? Ich würde nur einfach sagen, nee, ne? Ach, muss ich durch die Schlucht fahren? Quatsch. Eins fucking Obmann. No fucking way. Ich habe mich echt so langsam zweifelig. Also, das ist mir noch nie passiert, jetzt ohne Scheiß. Ich bin mit dem Motorrad nicht wieder, doch da. Wie hoch kann denn bitte Gras sein? Boah, ist dieser blöde Pass hier. Ja, da komme ich ja aber nicht hoch. Also, wie auch immer man da hochkommt. Vielleicht jetzt. Ohne Flux. Warum ist denn? Warum ist denn mein Schleiß-Tang so leer? Doch gar nicht. Also da, ich dachte ja immer. Moment, war hier nicht in dem einen Haus? Ist der tot? Ja. Im einen Haus war doch hier ein Benzintank. Ich weiß jetzt nur nicht mehr genau, in welchem Demi. Boah. Wie gut kann man sich was merken? Oh shit. Tür zu, Tür zu. Oh, das gibt's doch jetzt wohl nicht. Oh, das ist doch jetzt wohl ein schlechter Witz. Flo, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Sorry, ich habe dich gar nicht gesehen. Den Punkt kannst du von dort nicht erreichen. Habe ich auch versucht. Ich muss zurück zur Straße und dann rechts. Da kannst du dann irgendwann rechts von der Straße über eine Klippe springen. Okay. Erstmal muss ich mir Sprit holen. Und erstmal muss ich diese gottverdammten Viecher töten. Okay. 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 Immer diese Wölfe, deren Pelz aus Metall ist, ne? Ist doch jetzt mal genug. Genau im richtigen Moment nachgeladen, wie immer halt. Das kann doch jetzt nicht sein. Egal, wie der aimst, es ist falsch. Aimst du ohne die Snipe-Taste? Triffst du nicht, zielst du quasi auf ihn drauf, triffst du nicht, zielst du mit Snipe-Taste, bewegt er sich zu schnell. Ey. So. Kann ich denn jetzt endlich mal mein Moped auftangen? Ich sag immer Moped, aber es ist ja ein Motorrad. Soll ich denn den Scheiß fallen lassen? Der ist jetzt nicht weggebackt, oder? Ist der Scheiß-Benzinkanister weg? Legt der draußen? Jetzt leck mich doch hart am... Wo ist der hin? Ich habe doch... Warum liegt denn der hier? Durch das Fenster gesprungen? Bin doch durch die Tür gegangen. Geh auf. Geh auf. Gehe ich mit einem Kanister den ganzen Tank voll? Tatsächlich? Irgendwo rechts, hat er gesagt. Rechts neben der Straße ist irgendwo... Hier so. Also, du meinst aber nicht hier rüberspringen, oder? Flo? Hier so? Das ist doch, glaube ich, ein bisschen knapp. Das ist aber so die einzige. Ach doch, da, okay. Da stand ich ja schon davor. Ja, Mensch. Hopp. Ja. Markiere ich mir das nochmal? Ich habe kurz überlegt, aber es war mir irgendwie ein bisschen zu heikel. Was mich halt nervt, dass er die Ohren nicht gleich automatisch aufsammelt. Musste jedes Mal von dem scheiß Motorrad absteigen. Bin ja auch noch zur Zeit hier abgestiegen. Hopp. Gut. Dann probiere ich mal mein Glück. Danke für diesen grandiosen Tipp, Flo. Hat gut geklappt. Er hat gesagt nicht, ich war zu langsam. Wollte eigentlich vorher speichern, Idiot. Ich weiß nicht mal, wie man Nitro hier reinspritzt. Ich weiß nicht mal, ob ich Nitro in der Karre habe. Ich glaube, ich habe nicht mal Nitro. Jetzt mal ohne Scheiß. Was ist denn die Taste für Nitro, Flo? Also, ich glaube, also ich weiß, dass man am Anfang konnte man Nitro irgendwie boosten. X. Kein Lachgas, ja. Dann wohl nicht. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe das doch gar nicht. Das hätte mir doch irgendwie angezeigt. Muss ich gekauft haben? Siehst du ja, als ich es nicht habe. Wo kommen denn immer diese Mistkrebel hier mal hin? Ich muss sie ausreichern, die Durchfahrt sicherer machen. Ich muss ganz in der Nähe sein. Krieg ich die so? Jetzt ist es doch schon wieder. Das war's dann. Bruder muss los. Also, wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal Lachgas gekauft habe. Da kauft man schon Munition und es ist trotzdem so wenig. Jetzt fehlt mir auch noch eine Nahkampfwaffe. Shit. Ach, naja, wenn man heult, dann findet man einer. Jetzt kann ich auf einmal den Dingens auswählen. Wollen? Konnte ich es nicht auswählen. What the fuck? Komisch. Wie kann man denn da nicht mehr? Ja, super, das ist auch noch. Wie viele sind denn das? Hm, nein. Da langsam, langsam dünne hier, ne? Ja, ich habe alles. They shall sehen. There heims. Yeah, ich серьез. Oh, meine Skade. Ich halte die Delная. Oh, ich sage es hier. wird vor allen dingen eigentlich immer nur auf den kopf einstechen aber das scheint ihn gar nicht so zu interessieren habe ich das ja ich habe es abgefackelt aber hier ist halt nichts drin ne nehmen wir doch das beil wobei das eigentlich ziemlich schlecht ist sag ich mal normalerweise würde ich bei sowas immer nur stichwaffen nehmen einfach aus dem gottverdammten grund weil du die schneller wieder rausziehen kannst fach fach das ist einfach mal normal vorbeigekommen ach du scheiße das erste mal dass ich eine horde gesehen habe ich werde wiederkommen und euch ordentlich einheizen scheiße nein wo ist denn jetzt hier die taste out of nowhere meine fresse jetzt weg hat verflucht das motorrad steht da unten ich muss das infizierte gebiet hier noch ausräuchern alter ich räuche hier gar nicht aus also das war jetzt wirklich gerade der gipfel der gefühle da